Malchin ist eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern im Nordwesten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Sie gehört historisch zum Landesteil Mecklenburg. Der Ort bildet für seine Umgebung ein Grundzentrum. Geografie Malchin liegt in einer Senke an der Malchiner Pene zwischen dem Malchiner See, mit dem die Stadt über den Damerkanal verbunden ist, und dem von der Stadt über den Penekanal erreichbaren Kummerower See östlich der waldreichen Mecklenburgischen Schweiz. Diese erreicht um die nordwestlichen Ortsteile Neupenzdorf, Retzow und Wendischhagen Höhen von über 120 Meter ü. N.N. Zum Malchin gehören die Ortsteile Gorschendorf, Gülitz, Retzow, Jettchenshof, Neupenzdorf, Pisede, Remplin, Saalen, Schabzow, Vizenhof und Wendischhagen. Postalisch gliedert sich das Stadtgebiet in folgende Orte. 17.139 Gorschendorf 17.139 Malchin 17.139 Remplin Geschichte Die slawische Fischersiedlung könnte einst den altpolabischen Namen Maluchini gehabt haben. 1215 hieß der Ort Malikin, dann ab 1247 Malichrin oder daneben auch Malch ein und 1257 bereits auch Malchin. 1215 wurde das Dorf Malichin urkundlich erwähnt. Ab 1220 wurde durch Nikolaus von Werle die Stadt planmäßig mit rasterförmigem Straßennetz angelegt. Im Mittelpunkt des Rasters befand sich der Markt und die Kirche. Das Stadtrecht wurde Malchin am 7. April 1236 durch Fürst Nikolaus I. verliehen. In der Gründungsurkunde heißt es, dass die Stadt in der reichsten und schönsten Gegend des Landes an der Peene gelegen sei. Von der Stadtbefestigung aus dieser Zeit stehen nur noch das Kalenschäfurter und das Furter des Steintores sowie Mauerreste und ein hoher Mauerturm. Ein rechteckiger Wehrturm, der heute auch fälschlich als Fangelturm bezeichnet wird. Die Stadtkirche Sankt Maria und Sankt Johannes entstand um diese Zeit als spätromanischer Erstbau. 1397 wurde durch den großen Stadtbrand die Stadt mit der Kirche eingeäschert. Eine neue dreischiffige gotische Backsteinkirche als Basilika entstand. Jahrhundertelang lag die Stadt an der Grenze des Herzogtums Mecklenburg-Schwerin zu Pommern. 17 bis 19. Nach dem Neubrandenburger Hausvertrag gehörte die Stadt zu den unter der gemeinschaftlichen Regierung verbliebenen Städten. Im Zuge der zweiten mecklenburgischen Hauptlandesteilung nach dem Fahrenholzer Teilungsvertrag von 1621 kam Meichin zum Herzogtum Güstrow. 1639 lagerten während des Dreißigjährigen Krieges die kaiserlichen, kur-sächsischen und kur-brandenburgischen Herrhaufen mit ca. 80.000 Mann in und bei Meichin. 16 Mal wurde die Stadt geplündert. Hunger, Pest, Verwüstung, Raub und Totschlag und somit unvorstellbare Not waren die Folge. Nach dem Hamburger Vergleich nach Aussterben der Güstrow-Linie und nachfolgenden langjährigen Verhandlungen, wurde Meichin dem Landesteil Mecklenburg-Schwerin zugeordnet. In zahlreichen Kriegen wurde die Stadt in Mitleidenschaft gezogen, so etwa im Nordischen Krieg der von 1700 bis 1721 wehrte. Als 1713 dänische und russische Truppen die Stadt umlagerten, im Siebenjährigen Krieg wurde die Stadt am Neujahrstag 1762 vom heute Bataillenberg genannten Hügel durch die Preußen beschossen, um die Schweden zu vertreiben. Während der Franzosenzeit zogen am 2. November 1806 15.000 Mann der französischen Truppen mit dem Marschall von Frankreich Joachim Murat in die Stadt auch sie plünderten. 1764 wurde in Meichin eine Synagoge gebaut und 1835 ein größeres Gotteshaus errichtet. 1925 löst sich die jüdische Gemeinde auf, 1838 baute man eine neue Mühlenbrücke über die Ostbien vor dem damaligen Mühlentor, 1833 entstand eine Stadtkrankenhaus auf dem Strietfeld mit einer Erweiterung von 1859, 1842 wurde das Rathaus neu und wuchtig am alten Standort errichtet, es wurde 1900 völlig umgestaltet. Schon seit der Landesteilung Mecklenburgs von 1621 in die beiden Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Güstro tagte der Landtag des Mecklenburgischen Ständestaats nach 1628 bis 1916 abwechselnd in Sternberg, also im Schwerin-Schen und in Meichin, also im Güstro-Schen. Durch den sogenannten Hamburger Vergleich vom 8. März 1701 wurde Mecklenburg in zwei beschränkt autonome Herzogtümer geteilt. Ab 1815 Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, die einen gemeinsamen Staat bildeten, seit 1755 dieselbe Verfassung hatten und wie schon zuvor einem gemeinsamen Landtag unterstanden. Diese landständische Verfassung in Mecklenburg galt bis 1918. Die Versammlung der Stände waren einerseits Landkonvokations- und Deputationsstage, die der Landesherr, der Herzog einberief, andererseits Landeskonvente bzw. ritterschaftliche oder städtische Konvente, die von den Ständen selbst einberufen wurden. Der jährlich im Herbst einberufene Landtag war das wichtigste Gremium des Landes. Selten fanden darüber hinaus außerordentliche Landtage statt und ebenso selten an anderen Orten. Die Landtage tagten in den jeweiligen Rathäusern von Sternberg und Meichin. In der Grün der Zeit entstanden viele Einrichtungen in Meichin. 1860 gründete Karl-Julius-Fonds eine Wolferberei in der Mühlenstraße. Die Firma hatte 1 9 0 0 2 0 3 0 Mitarbeiter. 1862 wurde der Hafen eingeweiht. Eine Dampfschifffahrtslinie Stettin-Dämmend-Meichin wurde betrieben. 1864 entstand die Eisenbahnlinie Güstrow-Meichin-Neubrandenburg. 1864 wurde der Bahnhof mit seiner, so schrieb man, schönen Empfangshalle eingeweiht. Von 1864 bis 1870 war Meichin Sitz der Verwaltung für die großherzogliche Friedrich-Franz-Eisenbahn. Diese befand sich in einem bahnhofsnahen, repräsentativen Gebäude, das ab 1921 Dickersekunden Finanzamt nutzte. Das Bahnhofshotel entwickelte sich seit etwa 1880 aus einer vorhandenen Kegelbahn. 1868 wurde das Innentor und ein 1872 Dickersekundenvorteil des gotischen Argentiner-Tores von 1331 aus Backstein abgerissen. 1879 entstand das großherzogliche Amtsgerichtsgebäude. Das Stadtgericht tagte zuvor im Rathaus. 1881 wurde die Stadtmühle an der Peene gebaut. 1882 gründete sich die Fabrik, eine Zuckerfabrik in der Fabrikstraße. 1886 wurde das Kaiserliche Postamt an der Poststraße neben dem Kahlen-Schentor eingeweiht. An der Peene und der alten Stadtmauer entstand ab 1890 die Brunswig-Promenade, die nach dem Kommerzienrat Brunswig benannt wurde. Das neue Stadtkrankenhaus an der Basedorstraße nahm 1893 seinen Betrieb auf. Ab 1898 entstand das Fenster- und Blechwarenwerk von Karl Reinke, ein Betrieb der 1937 um ca. 70 Mitarbeiter beschäftigte, seine Standorte in der Poststraße 6. Bald darauf in der Halbtonnenstraße 7 und ab 1910 in der Wiesenstraße 6 hatte und er erst 1994 aufgegeben wurde. 1902 wurden der Wasserturm und die Maschinenhäuser vor dem Steintor gebaut und 1903 konnte die zentrale Wasserversorgung in Betrieb gehen. Daneben wurde auch die Straßenkanalisation ausgebaut. 1926 wurden die beiden Ämter Stavenhagen und Dagon zum Amt Malchin zusammengelegt. Ab 1933 gab es den Kreis Malchin. Das Landratsamtsgebäude wurde im Bauhausstil von dem Architekten Nikolai aus Rostock geplant und ab 1929 genutzt. Während des Zweiten Weltkriegs mussten hunderte Kriegsgefangene sowie Frauen und Männer aus den von Deutschland besetzten Ländern in Malchin und Umgebung Zwangsarbeit verrichten, wobei viele starben. Nach dem Einmarsch der Roten Armee am 30. April 1945 wurden etwa drei Viertel des alten Häuserbestandes der Innenstadt durch Brandstiftung zerstört. Etwa 500 Menschen begingen Selbstmord. Malchin war zwischen 1952 und 1990 Kreisstadt des gleichnamigen Kreises, der zum Bezirk Neubrandenburg gehörte. Dieser Kreis wurde dann zusammen mit dem Kreis Alten Treptow und dem Kreis der Min zum vergrößerten Landkreis der Min zugeordnet. 2005 verlor Malchin seine Amtsfreiheit und ist seit dem Sitz des Amtes Malchin am Kumarower See und in diesem Amt geschäftsführende Gemeinde. Innenstadt und Rathaus wurden im Rahmen der Städtebauförderung seit 1991 gründlich saniert. Gegenüber vom Markt entstand auf der Grundlage eines städtebaulichen Wettbewerbs eine neue Bebauung mit Läden, Büros und Wohnungen. Gorschendorf gehört seit dem 1. Januar 2003 zu Malchin. Am 7. Juni 2009 wurde Remplin mit den Ortsteilen Neupenzdorf, Rezo und Wendischhagen nach Malchin eingemeindet, was die Fläche der Stadt fast verdoppelte. Remplin wurde 1283 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Besitzer waren U.A.R. Die Familien Hahn, Fürst Georg Wilhelm von Schaumburg-Lippe von Malzahn, Herzog Georg zu Mecklenburg. Das 1940 weitgehend zerstörte Schloss Remplin entstand von ab 1865 nach Plänen Friedrich-Hitzig die Neogotische Kirche 1878. Siehe auch, Schabzo war eine Domäne des Domänialandes Stavenhagen. Pächter war U.A.R. Im 19. Jahrhundert Karl Theodor Müller, der zu den bürgerlich-liberalen Kräften im Lande zählte, Das Gutshaus im Stand durch den Umbau eines älteren Gebäudes in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war Treffpunktzeit kritischer Personen U.A.R. Hoffmann von Fallersleben und Fritz Reuter. Politik Für die Wahlperiode 2009 zu 2014 sind die 21 Sitze in der Stadtvertretung von Malchin wie folgt verteilt. Das Wappen wurde am 10. April 1858 von Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin festgelegt und unter der Nummer 50 der Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert. Blasonierung Das Wappen wurde 1994 neu gezeichnet. Städte Partnerschaften Szerings seit 1989 Itzehoe seit 1991 Hesperingen seit 2009 Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke siehe auch Liste der Baudenkmale in Malchin-Saint-Johanneskirche Stadtkirche als dreischiffige Basilika im Stil der Backsteingotik neu erbaut. Der 67 Meter hohe Kirchturm kann bestiegen werden. Rathaus Das erste Rathaus stammte wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert. Der gotische Keller mit Kreuzgewölbe ist erhalten. Auf seinem Keller errichtete die Stadt 1745 Dekasekunden II. Rathaus einen zweiteiligen Bau. Das dritte Rathaus entstand 1842 durch einen umfassenden und vergrößerten Umbau mit gotisierenden und klassizistischen Formen. Es hatte einen wuchtigen hervorspringenden Zinnenkranz. Im Obergeschoss befand sich der Landtagssaal. Schon 1900 wurde es weitgehend neu gestaltet und erhielt seinen Schmuckgiebel. Es wurde 1925 zu 1927 nach einem Brand neu aufgebaut. Der Rathaussaal ist mit 72 Zunftzeichen geschmückt. Der Rathausturm lässt sich besteigen und bietet viel Ausblick. Um 1996 wurde das Gebäude umfassend saniert. Das Museum befindet sich in der Stadtmühle direkt an der B104 Ortsdurchfahrt Malchin. Reste der Stadtbefestigung Reste der Stadtmauer Das Steintor Ein Vorter aus dem 15. Jahrhundert Welches 1893 über dem Torbogen im neogotischen Stil wieder aufgebaut wurde. Das gotische Kahlenschätor sowie ein Vorter aus dem 15. Jahrhundert am Ortsausgang nach Altkahlen. Das Innentor wurde 1837 abgerissen. Weiterhin blieb noch der Fangelturm erhalten. Ein Wehrturm aus dem 15. Jahrhundert Der am Ende des 16. Jahrhunderts um einen Renaissance-Giebel ergänzt wurde. Der rund 35 Meter hohe Turm, der 1996 grundlegend saniert wurde, hat seinen Namen von der einstigen Verwendung als Gefängnis. Runder Wasserturm Er war von 1902 bis 1980 in Betrieb. Bahnhof mit historischen Betriebsgebäuden Markanter Wohnturm nahe dem Bahnhof Volkspark im Südwesten der Stadt, der von der Ostpien durchquert wird. Gutshaus Schabzow Umbau eines älteren Gebäudes in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Steintor, Kallenschistor, Fangelturm, Wasserturm, Bahnhof, Wohnturm Geschichtsdenkmale Denkmal für Rektor Karl Bülch errichtet 1864, heute in der nach ihm benannten Straße. Denkmal der Gefallenen von 1870, 71. errichtet 1877 an der Base Doher Straße. Denkmal der Gefallenen von 1914, 18. errichtet 1929 an der Parkstraße. Denkmal der Gefallenen von 1914, 18. des Männertorenvereins Lindenster. Denkmal der Gefallenen von 1914, 18. der Zuckerfabrik im heutigen Gewerbegebiet. Zwei Ehrenfriedhöfe auf dem städtischen Friedhof für Bürger der Sowjetunion, die als Soldaten, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und deren Kinder im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. V.D.N. Ehrenfriedhof von 1979 und 70. auf dem städtischen Friedhof an namentlich genannte Opfer des Faschismus aus der Stadt. V.V.N. Denkmal von 1946 in der Parkstraße für die Opfer des Faschismus. Denkmal von 1986 in der Base Doher Straße zur Erinnerung an den sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Rudolf Breit Eid, der 1944 im KZ Buchenwald ums Leben kam. Wirtschaft und Verkehr In Malchin befindet sich der Sitz der Landesforstverwaltung Mecklenburg-Vorpommern. Neben bestehenden Firmen wie dem Futtermittelproduzenten FUG EMA entwickelten sich Firmen der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte und für großtechnische Anlagen alternativer Energieerzeugung. 2005 ehrte die Landesregierung die Stadt mit dem Titel Wirtschaftsfreundlichste Kommune in Mecklenburg-Vorpommern. Die Stadt befindet sich an der B104 ungefähr auf halber Strecke zwischen Teteru und Stavenhagen, ca. 42 km westlich von Neubrandenburg. Die Bahnstrecke Bützow-SZC-Zin führt durch den Ort. Die Regionalzüge halten hier im Stundentakt. Bis 1996 führten zudem zwei weitere Strecken nach Dagon bzw. nach Waren. Die Umlandverbindungen werden heute durch die regionalen Busse der MVVG sichergestellt. Der Hafen Malchin verfügt mit der Pene über einen Anschluss an das europäische Wasserstraßennetz. Sport Im Fußball spielt der FSV 1919 Malchin in der Saison 2015 16. in der Fußball-Landesliga Mecklenburg-Vorpommern. Sein Heimstadion ist das Walter-Block-Stadion mit 3000 Plätzen. In der Sportart Motoball ist der MSC-Cobra Malchin erfolgreich. Er wurde mehrfach DDR-Meister und spielt in der Motoball-Bundesliga Nord. Heimspiele werden in der Waldarena ausgetragen. Persönlichkeiten Unternehmer und Numismatiker Bernhard Walter Physiker Fritz Grewe Mecklenburger Porträt Landschafts- und Kirchenmaler Otto Frömke Politiker Ernst Hinsmann Konteradmiral und Politiker der DVP und später DNVP Walter Block Kommunist und Antifaschist Hans-Joachim Griefen Journalist Beate Lübig Mittelstreckenläuferin Almut Hartwig-Tiet Politische Beamtin Thomas Doll Fußballspieler und Trainer Martin Lehmann Chorleiter Frank Sander Wasserspringer Thilo Jung Journalist und Moderator Lisa Dörbertin Psychologin Weitere Persönlichkeiten Joachim Christian Tim Ratsapotheker und Botaniker